Yo, hallo Leute, hier ist wieder euer Table Tennis Game Ah, und ich hab natürlich gelogen im letzten Part Denn wir könnten das da unten noch machen Machen wir jetzt aber nicht Das machen wir ein andermal Ah, Moment, hier ist doch... Ach, guck mal Ja, gut, finden wir das auch noch? Haben wir noch... Alter, wie viel wir einfach immer wieder neu finden hier Das ist unfassbar So, dann können wir jetzt aber uns mal wirklich um den Hügel... Das stört mich, das stört mich Ich will das weg haben, yo, geh mal weg da So, dann können wir jetzt aber wirklich mal gucken Dass wir mal ein bisschen... Bisschen weiter vielleicht kommen, irgendwie Obwohl ich die Karte nochmal brauche Da ist der Hügelasee, so Da oben ist das Wasserfalldingen Und ich bin jetzt hier Ich gehe einfach mal nach oben, denn Ich muss euch ganz ehrlich sagen, storymäßig Hab ich gerade keine Ahnung, wie es weitergehen soll Ich weiß, dass wir zum Hügelasee Vielleicht müssen wir auch erst Das kann nämlich auch gut sein Dass wir erst zu dem... Nochmal in den Gartendamm Obwohl, da können wir doch gar nicht mehr rein in den geheimen Hof Oder sehe ich das falsch? Hier müssen wir schon schwimmen können Ja, das ist ja Bullshit Das ist Bullshit Das verstehe ich nicht Aua Hör mal auf, mir weh zu tun Da habe ich so viele Herzen Hör mal, da kenne ich auch nichts Da ist mir alles egal Da scheiß ich auf alles und jede Was ist denn da? Oh mein Gott Wo geht es denn da nochmal? War ich da schon? Da war ich bestimmt schon mal Aber was? Da war ich noch nicht Doch Doch, da war ich schon mal Ich hätte jetzt gedacht, dass es da runter führt Aber ne, da muss man schwimmen Ey, wisst ihr, wie viele Herzteile wir noch kriegen können, wenn wir schwimmen? Wenn wir schwimmen können, dann besteht uns nochmal sowas bevor wie gerade Dann können wir auch wieder in etliche Gegenden abhauen und gehen und alles machen und tun und lassen Aber ich frage mich echt, wie es hier weitergehen soll jetzt Ich weiß es nämlich nicht Wo und wie soll es Hä? Ja, das ist es mit dem Tingle Aber was war das nochmal? Wo gab es denn? Ich hatte doch ein so ein Tor Ne, das ist vollkommen uninteressant hier Moment Bibliothek, 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 Bibliothek Ich könnte schwören Irgendjemand hat mir doch gesagt Ich soll in die Bibliothek gehen Oh mein Gott, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch, Leute Es ist nicht gut Ich hoffe, ihr Verzeiht mir das Aber auch sowas, wie gesagt Ich bin ja eher noch Verfechter der alten Let's Play Theorie und Strategie und Aber wie kam ich denn da hin? Wollt ihr mich verarschen? Da war ich schon Ja, aber ich war doch irgendwie schon mal da oben Achso, alles klar, ich weiß wieder wie Ich bin ja eher immer noch so Naja, eher der Verfechter der War ich hier schon? Ja, das ist mein Bürgermeister mit seinen Masken Ja, ja Ich bin ja da eher immer noch so der Verfechter der alten Let's Plays Der sich dann sagt Ja, das ist schön und gut alles Mit neu und super interessanten Outro, Intro Und so weiter und so fort Aber ich finde, es gehört auch zu einem Let's Play dazu Dass man mal den Weg nicht findet Und dass man den Weg auch mal sucht Ich finde, das gehört dazu Ja Und deswegen Naja, wir machen ja nicht nichts Also wir finden ja hier Also wir machen ja nicht Nichts Ja Geil Das hat sich natürlich Das ist natürlich eine Sache Die hat sich unglaublich gelohnt Aber ich weiß auch, wie das gemeint ist hier Denn Wir müssen erst oben Komme ich irgendwie nach oben? Habe ich eine Chance? Ja, ich glaube schon Ich weiß, was wir da machen müssen Ich weiß, wie die das haben wollen Im Grunde ist es ganz einfach Im Grunde wollen wir das machen Das hier, das hier, das hier Das hier So Und jetzt unter dem Stein ist nämlich Was zum reinfallen oder so Ja, da Seht ihr das auch gleich? Yo Jetzt können wir nämlich da rein Aber ich finde es echt erstaunlich Wie ich gerade überhaupt gar keine Ahnung habe eigentlich Und trotzdem neue Sachen finde wieder Ah, guck mal Das ist ein kleiner Minish Yo Glücksfragmendeverein Das habe ich leider nicht im Angebot Tut mir leid, Kleiner Oh nein Puh Ich habe es nicht im Angebot Ja Okay Muss ich mir merken, den Typen Dass wir zu dem vielleicht irgendwann bei Bei Gelegenheit nochmal hingehen So, warte mal Mein Bauch tut schon weh vom Labern Ich habe ja heute so ein Laberflash geschoben Ich bin ja so um Ne, von da komme ich doch Ja So unfassbar viel aufgenommen heute Das ist wirklich Das ist nicht mehr schön, Leute Ich habe so viel aufgenommen Bisher Mario Galaxy 3 Stunden aufgenommen Ich nehme jetzt irgendwie schon 2,5 Stunden oder 3 Stunden Zelda auf Weil das einfach so einen Bock macht gerade Die ganzen Sachen zu machen Das ist einfach so So geil einfach Ja, und das habe ich nicht Das habe ich nicht Das habe ich nicht So, das heißt für mich Im Grunde nur eins Wie der See komme ich nicht weiter Das heißt, ich muss noch irgendwas Im herkömmlichen Gebiet machen Hier oben kam ich auch nicht weiter, ne Die lassen mich ja nicht mehr da rein Ne Aber hier kam ich da auch nicht irgendwie rein Oder? Ah, guck mal Guck mal, da kann man auch für den Minish Das habe ich auch noch gar nicht Ah, Moment Ähm, yo, wir können auch gerade reingehen Denn, äh, der Baum Da versteckt sich bestimmt Ja Zack Also entweder wir müssen was Bei dem Helia See Bei dem Haus Von dem Bürgermeister machen Oder wir müssen da In diesem Forschungsraum Dem einen Da ist doch auch noch was Ah, der will bestimmt auch wieder Ja Ich habe nichts für den Wetten Der will was Grünes, ne Doch, den habe ich Den habe ich Ja, sauber Den habe ich Geil Den habe ich Den habe ich Und da geht es auch schon wieder weiter Mit Fragmenteverein Heute, Leute Hier auf dem Kirmesplatz Oh, geil Ah, was bringt mir das Das ist doch gar nichts Toll Das ist ja toll Das heißt, da wird bestimmt Dann irgendwann noch mal Was hinkommen Weil, was sollen wir das Sonst bringen Keine Ahnung Verstehe nicht Egal Der Baum ist auf jeden Fall Auch schon mal wieder aufgerichtet Wey Ey, was ist das denn Oh Boah, bitte Bitte sei das Grüne Vom Tingel, Alter Nee Fuck Das ist genau das Alter Es gibt drei von den Grünen, ne Und jetzt habe ich genau zwei Die ich nicht brauche Alter Was ist das denn Guck mal Was ich hier wieder alles finde Obwohl ich gar nicht das suche Ach, guck mal Geheimer Schwertmeister Ja, natürlich Eben Maximo Maxissimus Der warfliche Meister Der ist weg von von Nero Wenn du mal mit trainierst Wirst du schnell Fortschritte machen Aber eigentlich ist es zu dunkel hier So könntest du nicht trainieren Alles klar Also da brauche ich auch Das Item mit dem Licht Mann, geh doch mal da hoch Ja, was ich hier alles finde Leute Das ist echt nicht mehr schön Im Grunde wollte ich nur in der Story weiterkommen Und finde hier eine Sache nach der anderen Die ich echt nicht finden wollte Okay Haben wir also auch hier schon wieder neue Sachen Ich finde das so geil Dass man so viel Neues hier entdecken kann Gerade Ja, aber wie geht das denn jetzt Wie geht das denn weiter Ich kenne auch keinen mehr Der Da müsste ich gleich wieder beim Lieben Lookslike Link gucken Mal gucken Wie der so weiter gemacht hat Also ich meine mich erinnern zu können Dass wir hier irgendwas im Wasserfall machen müssen Ich meine Ich meine, dass es so war Und hier in die Bücherei möchte ich auch mal rein Ich bin, wo eigentlich muss schon Moment Hier komme ich doch mit dem Minish rein Aber Ah, Moment Hier, ne Ne, das ist kein Baum Der Schade Schade, schade, schade Schade Hä, wo ist der denn jetzt Hier Hier Mit dem Typen Da kann ich hinten raus Und dann kann ich nämlich hier lang Ja, 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 ja Und dann kann der da in den In den Abfluss Oh, fuck Das Problem ist nur Dass ich da reinkommen muss Wie kriege ich den scheiß Hund da weg? Das ist mein Problem Der Hund muss da weg Oder? Oder muss der da überhaupt weg? Ah, irgendwas war doch da, man Fahr Puh Ach, er hat wieder, ja Für wie viel das, das, das hier? Für 100? 200 Du bist so, du hast so einen Schaden, Junge Für 200, Alter Wo lebst du eigentlich? Ich muss da Tja Wie ging das nochmal? Wie ging das nochmal? Hier ist das Kisaten Kisaten ist Kaffee Kisaten Alter Oh, Entschuldigung Es ist, weil Ich mache es gleich WTF Geh doch weg da Mach doch jetzt Platz Die ganze Zeit den Weg versperrt habe Die Menschen der Stadt sind höflich Aber auch bis jetzt Keiner hat mich gefragt Warum ich hier Ey, du bist so blöd Du versperrst immer noch den Weg Ja Oh, du Süßer So, aber ich Das bringt mir ja nicht viel Ich muss nämlich hier rein Ja, und der hier Das, der hier Der Geimenschutz Schatz führen soll Über den reißenden Strom Führt eine schmale Brücke Dann bleib bei dem Wesen Neben dem Wilden Wasserfall Das ist Eingang zum Ja Ja, ja, ja Von dem Haus aus Kann man losgehen Genau So, und da Muss ich auch hin Aber Ich kann nicht hüpfen Das ist mein Problem Sonst Aber Na Ich muss das irgendwie Verschieben oder so Puh So, sagen wir mal Hier ist die Der hat irgendwas Von reißendem Strom erzählt Ne Vielleicht komme ich da Ja, ja, ja So hin Ne Minish Achso, ja Das war der mit dem Kopfsprung Ja, ja Ne, Leute Können auch vergessen Ich muss oben durch So, die Frage ist nur wie Ja, ich werde mich mal Schlau machen Und dann werden wir Im nächsten Part Uns das mal zusammen angucken Und werden dann Wahrscheinlich auch Endlich mal In der Geschichte Weiter gehen Nachdem ich hier Jetzt zwei Wochen Ausgerastet bin Und nur die Fragmente Gesammelt hab Wie so ein Vollkommen verhaltensgestörter Mensch Nun gut Bis zum nächsten Mal Euer Table Tennis Gamer Ciao